Musik Legen Sie das abgezogene Kaninchen auf den Lücken. Leiden Sie deines Fleisch am Brustkorb bis zum Halsen ab. Tonen Sie Leber und Nieren heraus. Musik Über 90% aller Serienkiller sind männlich und ihre Hautfarbe ist weiß. Sie stammen meist aus den unteren oder mittleren Schichten. Musik Diese Männer sind oft sehr intelligent. Viele von ihnen hatten eine traumatische Kindheit. Musik Sie wurden oft psychisch, physisch und sexuell missbraucht. Musik Diese Kinder wurden stark vernachlässigt und verbrachten oft sehr viel Zeit mit sich selber. Musik Manchmal gibt es gar keinen starken physischen Missbrauch, sondern immer einen sehr großen psychischen und emotionellen Missbrauch. Musik 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 Sie wurden oft psychisch, physisch und sexuell missbraucht. Diese Kinder wurden stark vernachlässigt und verbrachten oft sehr viel Zeit mit sich selber. Daraus resultierte des öfteren versterbende Gewalt gegenüber dir. Dieses Fleisch ist zartobitter. Ein Fleisch ist zartobitter. Ein Fleisch ist zartobitter. So gibt es uns dieses Fleisch ist zartobitter. Ein Fleisch ist zartobitter. Manchmal gibt es gar keinen starken physischen Missbrauch, sondern immer einen sehr großen psychischen und emotionellen Missbrauch. Das Fleisch ist zartobitter. Kleinen Sie dann das Fleisch am Brustkorb bis zum Hals hin auf.